Ja, die eine mit dem roten, schiffigen Fell. Ja, die kleinen, ne? Ja. Gerrit hat sich verliebt. Eigentlich wollten wir ja nur die Alma behalten, aber... Ja, nützt nix, ne? Ja, wie meine Nachbarn. Ja, aber schön. Man soll mal einer gucken und meckern, dass sie ohne Leine sind. Ja, wie meine Nachbarn. Sie sagte, ähm, die kam ja zum Klingeln und sagte, ähm, hier in Deutschland ist Leine, ähm, Anleihen, äh, Verbot, äh, Anleihenpflicht. Und ich sag, hä, was ist denn? Weil Angelos ist auf die Straße hingegangen und hat ja erstmal die Nachbarn begrüßt, ist dahin, so, ne? Und die anderen Nachbarn sind drin, die haben immer so lecker, die ist für jeden Fall alles. Angelos hat angenehm, das hätte sie wohl nicht gerne so, dass ihre Tochter, äh, Angst hat. Und das ist überhaupt ein Ballet, kann ich nicht sehen. Komm mal weg, jetzt. Ja, ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht.